Sehr geehrter Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Sie haben am Sonntag öffentlich die Vereinigten Staaten von Amerika, immerhin einen demokratischen Rechtsstaat, mit dem kommunistischen Einparteienstaat einer Diktatur der Volksrepublik China gleichgesetzt. Das ist unerhört und ich fordere von dieser Stelle eine öffentliche Entschuldigung. Würden Sie mir zustimmen, dass was die Frage der Sicherheit angeht und die Frage der Spionage angeht, offensichtlich die USA durchaus vergleichbar sind in dem Punkt, was die Chinesen machen? Wenn Sie die US-amerikanischen Überwachungsmaßnahmen zur Antiterrorbekämpfung auf eine Ebene stellen, mit denen von China stellen Sie dann auch das politische System des demokratischen Rechtsstaats der Vereinigten Staaten auf eine Ebene mit dem Überwachungsregime in China. Wir haben den Eindruck, dass die Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers außerordentlich missverständlich waren. Sie wurden in Washington sehr wohl wahrgenommen. Sie schaden deutschen Sicherheitsinteressen und den Wirtschaftsinteressen im Freihandel. Deshalb fordern wir den Bundeswirtschaftsminister an dieser Stelle auf, die Missverständnisse auszuräumen und klipp und klar zu erklären, dass die Vereinigten Staaten ein demokratischer Rechtsstaat sind, während die Chinesen ein Einparteiensystem sind, das einer Diktatur gleichkommt.